So Leute, noch was und zwar hier ist gerade der Autohestzug, hier ist gerade der Flix-Tray eingetroffen mit einer grünen 182er. Das Gewitter hat aufgehört. Gucken ob so bleibt. Es blitzt noch ein wenig, aber ich denke bis morgen früh ist es auch erledigt. Ich werde um, ich werde extra früh aufstehen. Um halb 4. Dann kann man es breit machen. Da sind wir wirklich abverbreitet. Und wir haben vielleicht noch ein bisschen Zeit, um in den Dunkeln die Lokomotive zu fotografieren. Mal gucken ob es Zeit, ansonsten warten wir bis das Hotel wird. Wenn wir wieder mal schraubt haben, was die Lokomotive zu machen wäre es. Dann kommen wir auf jeden Fall in der Karte, ansonsten, und dann sind die Lokomotive zu machen. Wir hätten unsere Lokomotive zu machen. Wir haben hier noch ein paar Jahre, die Lokomotive zu machen. Also machen wir das zur Mama finden. Also verizen wir ganz klar nachdem ich das. Schraubchen so sind nicht so, setz mich zu. Wir haben hierando ein paar Tage und an. Wir gehen auf des Lages, das Schraubchen so zur Hand von der Flix-Tray der Kurte.